Q10 macht Q10 Sinn vor allem in Hautcremes? Das ist heute die Frage. Ich bin ja in den letzten Monaten so ein wenig die ganzen Inhaltsstoffe der Hautcremes durchgegangen um wirklich für Euch herauszufinden was wirklich Sinn macht in Hautcremes und was keinen Sinn macht. Heute sind wir bei Q10 gelandet. Das Video zum Calcium fand ich auch sehr sehr interessant, dass das Thema, weil ich recherchiere auch häufig außerhalb vom Internet, dass das im Internet noch gar nicht so richtig publiziert wurde. Als wer das Video zum Calcium noch nicht geschaut hat, schaut bitte einfach das Video sich nochmal an. Ich habe keine wirkliche Webseite dazu gefunden, keine Quelle außerhalb der wissenschaftlichen Literatur die ich zu Rate gezogen habe. Das waren Studien bzw. das war ein Buch. Im gesunde Alter hieß das eine wissenschaftliche Abhandlung. Das ist so eine Zusammenfassung von Aufsätzen und da hatte ich auch mal eine Rezension gemacht. Das war sehr interessant. Deswegen schaut Euch das Calcium Video auf jeden Fall nochmal an und Calcium wird derzeit auch von mir getestet. Warum nur deswegen ist jetzt nicht das Thema. Also Q10 wird auch in Hautcremes oft mitverwendet und warum grundsätzlich wird Q10 verwendet? Also Q10 wird ähnlich wie Cholesterin eigentlich auch von unseren Zellen gebildet und das ist eigentlich von Haus aus, wenn man so ein natürliches Verständnis hat, ja eigentlich gar nicht notwendig, das zu sich zu nehmen. Cholesterin eben genauso wenig notwendig. Allerdings ist natürlich der berechtigte Einwand, dass unsere gesamte Umwelt auch wenig natürlich sich darstellt und die da Einflüssen ausgesetzt sind, wo man vielleicht dann eben auch irgendwo gegensteuern muss. Das nochmal dazu. Das Q10 ist ein sehr sehr kleines Molekül und die grundsätzliche Funktion von Q10 ist, dass es Elektronen aufnimmt und transportiert. So mal ganz pauschal und einfach und für ein YouTube-Video genau in der richtigen Intensität abgebildet. Also Elektronen aufnehmen, transportieren, Q10. Und da gibt es dann noch eine weitere Funktion und es ist die Funktion, die damit einhergeht. Das ist, es gibt Sauerstoffradikale. Ich habe mal ein Video gemacht zu Sauerstoffradikalen, was sie in unserem Körper auslösen, wie schlimm sie sind und wenn ich dran denke, verlinke ich Euch das auch. Ansonsten geht einfach auf meinen Kanal, auf die Kanalsuche und gebt irgendetwas ein, was Euch interessiert. Ich habe zu fast allen Dingen schon ein Video gemacht. Und da wirkt Q10, wenn es die Sauerstoffradikale sozusagen aufnimmt, als Antioxidant und dann könnt Ihr Euch relativ schnell ableiten, warum das auch für die Haut dann gut ist, wenn es die Oxidation verhindert. Und das Molekül ist von der Seite her auch besonders gut geeignet dafür als Sauerstoffradikalfänger. Weil es ein kleines Molekül ist und das kleine Molekül dringt sehr tief und sehr gut ein. Aber immer noch auf organischer Ebene, also keine Nanopartikelchen wie zum Beispiel kollodiales Silber, wo überhaupt noch nicht klar ist, was dieses kleine Eindringen ins Gewebe auslöst. Das kann richtig schwere Spätfolgen haben, aber auch nicht das Thema. Aber Q10 ist ein organisch kleines Molekül, was wunderbar überall hin kann. Und das Q10 wirkt auch extrazellulär, das bedeutet, dass das Q10 Molekül nicht nur in die Zellen eindringen kann, sondern dass es auch außerhalb im extrazellulären Raum zu finden ist. Und da haben sie was gefunden, die Studie dazu verlinke ich euch auch unten, dass umso älter man wird, umso die Menge an Q10, die außerhalb der Zelle vorhanden ist, umso mehr nimmt das ab. Das heißt, das Q10 nimmt immer weiter ab. Und ich verlinke euch übrigens auch mal das Buch, wo alles das drinsteht, also zwar nicht immer exakt so, aber so im Großen und Ganzen, die Studien sind dann auch in dem Buch drin, da könnt ihr euch wirklich auch euer eigenes Bild machen, oder ihr vertraut mir einfach in dem was ich rausgelesen habe, und dann sieht man natürlich, dass die Menge immer abnimmt das Q10 im extrazellulären Raum, und dann denkt man natürlich, hey pass auf, dann führen wir das einfach zu, und dann wird das schon passen. Und da gibt es jetzt einen Unterschied, was die Studien an sich angeht, deswegen habe ich die jetzt nochmal explizit erwähnt. Also es gibt Studien, da wird gezeigt, dass nach 5 Monaten, wenn man Q10 nimmt, dass die Hautfalten reduziert werden, dass der Anteil am Q10 steigt, also ein Indikator dafür, dass man halt dann vielleicht nicht so alt ist, und auch dass die oxidative Schädigung eben abnimmt. Also alles ganz gut. Wenn man dann aber wirklich mal in die Studien reinschaut, dann erkennt man etwas. Und zwar, dass all diese Studien, auf die sich das Q10 bezieht, was insbesondere mit der Hautalterung zusammenhängt, ausschließlich von der Kosmetikindustrie finanziert sind. Und das ist natürlich so ein Ding. Und ich habe immer noch im Kopf eben dieses, dass es von uns selber produziert wird. Und wenn wir es wirklich bräuchten, glaube ich, dass der Körper selber genug Q10 bildet. Auch habe ich so ein bisschen mein Problem, generell bei diesem Zusammenhang, was die Kausalität und die Korrelation angeht, es ist nicht immer möglich, kausale Zusammenhänge zu finden. Aber naja, also nur davon auszugehen, dass wenn mehr Q10 in der extrazellulären Matrix rumschwirrt, dass mein Auto weniger altert, ist zu den anderen Sachen zu dem, ist es alles irgendwie, es wirkt sich für mich ein bisschen, was ich sagen, man macht es sicherlich nicht falsch, wenn man Q10 in die Cremes macht. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, zumal Q10 auch nicht so preiswert ist wie zum Beispiel Calcium. Bei Calcium ist es so, da könnte ich einen Eimer für 10€ holen und das hält dann wahrscheinlich ein Leben lang. Aber bei Q10 ist es eben nicht so und da ist natürlich die Motivation damit Geld zu verdienen, die Industrie, die Kosmetikindustrie, die auch die Studien in Auftrag gegeben hat, ist alles ein bisschen fragwürdig mit dem Q10. Also ich kann aus meiner Sicht zum Thema Hautalterung, muss ich dazu sagen, und noch was, Hautalterung ist okay, altern ist okay, aber es ist vollkommen legitim, wenn jemand gerne möchte, dass seine Haut straffer aussieht und dass die Haut mehr geschützt ist vor zum Beispiel Entzündungen, was auch ein Indikator für Hautalterung ist. Das kann jeder für sich selber entscheiden, das ist keine Wertung, hier geht es nur um die Wirksamkeit von Q10. Und da muss ich sagen, die Essenz für mich ist, dass es fragwürdig ist und dass ich niemandem wirklich empfehlen könnte Q10 mal auszuprobieren. Bei Calcium ist es anders, auch auf dem Preis-Leistungs-Verhältnis und auch die Studien, die ich da gesehen habe, die waren nicht von der Kosmetikindustrie finanziert, sondern die waren einfache Studien zum Thema. Q10 allerdings nehme ich trotzdem, aber in einem anderen Zusammenhang, wegen meinem Hashimoto. Wer das nicht kennt? Also die Videoreihe, ich habe vor mittlerweile 2 Jahren, glaube ich, Hashimoto diagnostiziert bekommen, wahrscheinlich aufgrund einer Jodhochdosis-Therapie, die ich gemacht habe. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich die gemacht und im Anschluss danach hatte ich Hashimoto. Und dann habe ich mir selber ein paar Supplements zusammengestellt, die sich ganz gut ergänzen, um eben meine Schilddrüse wieder ein bisschen Hoffnung zu geben und eben nicht die Schilddrüsenhormone nehmen zu müssen, die mir verschrieben wurden. Und das funktioniert sehr gut und das Q10 ein Co-Faktor. Nun weiß ich aber auch nicht, wenn ich Q10 weglassen würde, ob das nicht auch funktionieren würde. Aber never change a winning team und ich bin total highfroh, dass ich mir nicht das L-Tyroxin oder das Triothyronin reinpfeifen muss. Und von daher sage ich einfach mal, ja nehme ich das Q10 weiter, auch wenn es natürlich ein bisschen Geld kostet. Aber in Hautcremes würde ich sagen, keine Empfehlung, ist meine Essenz. Gerne in den Kommentaren darüber diskutieren, was ihr über Q10 herausgefunden habt, was eure Erfahrungen sind mit Q10. Ich freue mich auf jeden Fall wie immer über Feedback. Also dann machts gut, euer Samuel. Ciao!